Das Gefühl der Unsicherheit hat mich innerlich schon fast aufgefressen. Darum habe ich mir gedacht, ich gehe in den Wald, weil ich Klarheit finden wollte. Das ist die Klarheit für mich persönlich, die ich in meinem Herzen drehe. Du kennst das, wenn du nicht mehr weißt, wer bin ich, wo gehöre ich hin, was beschäftigt mich. Ich war einfach durcheinander, wie ein Wirbelwind möchte ich sagen. Dann habe ich mir gedacht, was du hast, habe ich gesagt zu mir, gehst du in den Wald hinein. Das habe ich mir gesagt, was du hast, gehst du in den Wald und findest du die Klarheit. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir wirklich Zeit für mich genommen. Du hast ja heute gar nicht mehr Zeit für dich. Wann machst du denn das, dass du Zeit nimmst? Das habe ich ganz bewusst gemacht. Ich bin dann in den Wald hineingegangen und gehe draußen in den Eudorf. Echt ein schöner Tag. Ich habe einfach gespielt, die Barmer links und rechts von mir, wie sie sich so massiv um mich herum gewoben haben. Das war einfach so schön. Ich habe es gekrochen. Ich habe die Taunen gekrochen. Ich habe die Fichten gekrochen. Ich habe sogar die Birken gekrochen. Und das war einfach so eine sinnliche Erfahrung, wie ich es noch nie gehabt habe. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die sind jetzt nur für mich da. Blöd klingt jetzt. Aber ich habe gespürt, Natur pur. Ich mit der Natur. Und dann war so eine Entenfamilie entlang gespaziert. So richtig trapp, trapp, trapp sind sie entlang gegangen. So lieb und klein und so. Weißt du, so ehrlich sind die gegangen. So Tiere sind ja noch so. Und dann sind die Schmetterlinge um mich herum gewuselt. Die Bienen und die Lipöen. Und dann bin ich irgendwann in eine Waldlichtung gekommen. Und da haben wir die Sonnenstrahlen noch mit so einer Kraft. Mit so einer Kraft haben sie mir in den Nasen gekitzelt. Und dann ist etwas passiert, was ich meinen Lebtag nicht vergessen werde. Auf einmal... Auf einmal ist der kurz vor mir gestanden. Und der hat mich mit so einem Blick... Weißt du, das war so ein Blick, wie es denn... Ja, wie es denn in unserer konsumorientierten und schnelllebigen Zeit ja gar nicht mehr mehr hast. So ein ehrlicher Blick. So ein treuer... Einfach so ein Kinderblick. Und so hat er mich angeschaut und hat gesagt... Maria... Hat er gesagt. Maria, möchtest du mit mir in Dunerbach Pressbaum gehen? Nein! Das hat er gesagt. Nein. Ich baue da einen Garten und ich pflanze da ein Haus. Das hat er weiter gesagt. Die Worte, die halten jetzt immer noch ihre Echo. Wie ist das? Wir sind also gestanden in zweiter Trausamkeit. Die Tränen zusammen an meine Wangen geholt. Ich habe gewandt in dem Moment. Er hat gewandt. Die haben zusammen gewandt. Das war total was Besonderes. Und ich habe ihm angeschaut und habe dann gesagt... Nein. Was? Einfach nur nein, habe ich gesagt. Kurt, weißt du was ich möchte? Habe ich gesagt. Ich möchte nach Indien fahren. Ich möchte in einen Aschram. Ich will mit meinem Radl von Goa bis nach Delhi fahren. Ich will eine gute Shisha rauchen. Und auch ein gutes Gas. Ich möchte sieben Indien schlafen und eine Bayern-Sache anziehen. Dann hat der Kurt mich angeschaut und hat gesagt... Maria. Du, ich glaube wir passen nicht zusammen. Nein, das war... Das war... Das war... Das war... Das war... Berührende Momente in meinem Leben. ... Ja, das war ich sagen. Vielen Dank.